Musik Wir stellen Ihnen die aktuell S1-Leitlinie-Hypoxies Ischämische Enzephalopathie, HREM Erwachsenenaltern der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und beteiligter Fachgesellschaften vor. Hier nochmals die Autoren, Prof. Bender, Federföhren, Prof. Böttiger, Prof. Hamann, Prof. Hansen, Prof. Jox, Prof. Leitner, Prof. Ploner, Prof. Putz, Prof. Sturm und Prof. von Scheid. Die wichtigste Empfehlung auf einen Blick, hier nun zum Kapitel Einschätzung der Prognose. Bei Patienten, die drei Tage nach einer Reanimation nicht wieder wach und kontaktfähig sind, sollten multimodale diagnostische Untersuchungen zur Prognosevorhersage durchgeführt werden. Diese sollten immer eine gründliche neurologische Untersuchung sowie weitere Zusatzuntersuchungen EEG, SSEP, NSE, zerebrale Bildgebung beinhalten. Die neurologische Diagnostik zur Prognosevorhersage sollte mit ausreichendem Abstand zur Reanimation durchgeführt und frühestens 72 Stunden nach Reanimation zusammenfassend beurteilt werden. Ausnahmen sind zum Beispiel Patienten mit schon vorher vorhandenen klinischen Zeichen des Hirntods. Die Vorhersage der Prognose sollte nur im Kontext einer Gesamtwürdigung schlüssiger und kongruenter Ergebnisse mehrerer prognostischer Untersuchungen erfolgen und nicht alleine aufgrund eines einzelnen Testergebnisses. Fehlende motorische Reaktionen auf Schmerzreize oder Strecksynergismen, Motorskala der GCS-GCSM kleiner gleich 2, 72 Stunden nach Reanimation können eine schlechte Prognose nicht sicher vorhersagen. Eine bilateral fehlende Pupillenlichtreaktion ab 72 Stunden nach Herzstillstand ist in Abwesenheit möglicher Störfaktoren, zum Beispiel Augenerkrankungen, ein starker Indikator für eine schlechte Prognose. Myoklonien treten bei ca. 20-30% der Patienten mit hypoxisch-ischemischer Enzephalopathie auf und sind kein sicherer Indikator für eine ungünstige Prognose. Ein Status Epilepticus, klinisch oder und im EEG, ist mit einer schlechten Prognose assoziiert, beweist sie aber nicht. Wenn die Ergebnisse der weiteren Diagnostik keine infauste Prognose belegen, sollte ein antiepileptischer Therapieversuch unternommen werden, je nach Konstellation gegebenenfalls auch über einen längeren Zeitraum und hochdosiert. Bei strikter Anwendung der EEG-ACNS-Klassifikation, wenn relevante Sedierungseffekte ausgeschlossen sind und die Ableitung mehr als 72 Stunden nach Herzstillstand erfolgt, ist ein Burst Suppression Muster, Suppression kleiner 10 µV, für größer 50% der Ableitung ein starker Hinweis auf einen schlechten Outcome. Der EEG-Befund kontinuierlicher periodischer Entladungen mit supprimierter Hintergrundaktivität kleiner C µV ist ein deutlicher Hinweis für einen schlechten Outcome. Kontinuierliche EEG-Hintergrundaktivität und die erhaltene Reaktivität des EEG auf externe Reize sprechen gegen eine sehr schwere hypoxisch-ischemische Enzephalopathie. Bilateral fehlende kortikale Reizantworten der SSEP N20 sagen bei hoher Qualität der Ableitung und Durchführung mindestens 72 Stunden nach Herzstillstand einen schlechten Outcome, Tod, Wachkoma oder sehr schwere neurologische Defizite mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraus. Eine NSE-Serum-Konzentration größer 90 g pro ml ist 72 Stunden nach Herzstillstand unter Berücksichtigung möglicher Störfaktoren bei anhaltendem bewusstlosen Patienten ein starker Hinweis auf einen schlechten Outcome. NSE-Werte sollten allerdings immer nur nach Ausschluss einer relevanten Hämolyseindex zur Prognostizierung verwendet werden. Eine NSE-Serum-Konzentration innerhalb des Normbereichs 72 Stunden nach Reanimation macht eine sehr schwere hypoxisch-ischemische Enzephalopathie unwahrscheinlich. Das Verhältnis der Dichte grauer zu Dichte weißer Substanzen, die Grey-White-Matter-Ratio, GVR, im CCT und das Ausmaß von Diffusionsstörungen im CMRT korrelieren mit der Schwere einer hypoxisch-ischemischen Enzephalopathie. Die Qualität der Evidenz für einen konkreten Grenzwert der GVR oder des ADC-DWI-Läsionsvolumens zur prognostischen Einschätzung ist noch gering. Ein vollständiger Verlust des Kontrastes zwischen grauer und weißer Substanz, ein GVR kleiner gleich 1,0, im CCT kann aber als starker Hinweis für einen schlechten Outcome gewertet werden. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Hier finden Sie diese Leitlinie unter den Leitlinien oder auf der AWMF. Die Leitlinie unter den Leitlinien oder auf der AWMF. Die Leitlinie unter den Leitlinien oder auf der AWMF.